Musik So, moin moin Leute und es geht weiter mit Let's Play Pokémon Feuer Rot Ähm, ja Das letzte Mal haben wir Ähm, wie heißt Ähm, Azurias City sind mir hier angekommen und haben Bugo, ähm, ja Äh, ein bisschen Drangsaliert Und, ähm Da ich jetzt noch grad keinen Bock hab Ähm, es Ich sag mal so Ähm, jetzt noch weiter zu machen Also, sprich Ähm Ach, wie heißt Ähm, kein Bock jetzt hier die Arena Hinzugehen und, ähm Einzupennen Also, äh, die ganze Zeit fertig gemacht zu werden Weil, was ist jetzt die Wasser-Arena? Äh, die Wasser-Pokémon-Arena Und, äh, denke ich mal Könnten wir zwar was ausrichten, aber Ja, es ist einfach Trinkt nix, sag ich mal so Und, ja Und, ja Grunde Kultexu ist jetzt Level 21 Hm, ja So, okay Höre Doris Die arme Doris So, das ist jetzt wahrscheinlich Nummer 3 Höre Doris honey Aber, ja Berih photographs Ja, öhm fin, ähm Machen wir mal Tapına Bloo Ich glaube Das auf dreams und 금 Oh, ein Voldrefer Das war's für heute. Oh, unser Klotext ist ja weiblich. Oh, ähm, ja. Zählt mir jetzt gerade erst so ein. Oh Gott, ey. Was für Krüppel. Von Gure Una. Loot. Oh, mein Blut. Nein, das ist ja nicht. Aber wir sollten auch mal die anderen Pokémon leveln, oder? Z.B. Pikachu. Ähm, wo machen wir das denn am besten? Ähm, wo machen wir das denn am besten? Ähm, Beutel... Gegen... So, jetzt reicht's mir. So, jetzt ist das auch kaputt. So, und unser Klotext ist level 22. So, jetzt ist das. Gegen Glutexo. Jo, probiert mal. Vielleicht... Schaffst du's ja, aber ich glaub nicht. Oh mein Gott, ein Mankey. Ach so, geht ja gar nicht. Oh mein Gott, ein Silberblick. Uh. So toll. Camper Ewald. Oh, herzlichen Glückwunsch, du hast alle fünf Trainer besiegt. Du hast einen kurzzeitigen Preis gewonnen. Potato hält ein Nugget. Potato packt Nugget in die Item-Tasche. Möchtest du auch ein Mitglied des Team Rocket werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon zum teufelten Zwecken. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht. Komm schon, werde Mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Der Morde kannst du nicht ablehnen. Doch, kann ich. Na ja. Bist du schon ein schwuler Eierschaukler. Oh, ist okay. Oh mein Gott, Giftstoff. Tackle. Äh, Tauvoker erreicht Level 20. War doch schon eben 21, oder? Ach nee, äh, das war... Sorry, ich habe mich gerade vertan. Das war... Gut, take so, dass es 21 war. Wir sollten uns auch, glaube ich, mal ein Wasser-Pokémon zulegen. Mit einem Pflanzen-Pokémon. Rooks-Hockey-Po. Und Down ist der Penis. So, Team Rocket Rübel besiegt. Ach, du bist gut. Potato gewinnt 480 Poké-Dollar. Bei deinem Können wärst du im Team Rocket leichter, die rechte Hand vom Boss. Denk darüber nach. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Ach doch. Ich habe keinen Bock auf Scheiß, ich habe einen Bock. Nächste geben wir Pokémon. Pikachu-Tausch gegen Taboka. Oh mein Gott, ein Trainer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Das ist voll der Unterschied, ey. Bam. Oh mein Gott, das hat Tackle eingesetzt. Und wir sind tot. Und wir sind tot. Ich hoffe mal gegen Glutex. Bam. Bam. Rats-Rats-Tot. Ich glaube, wir sollten mal in die Ebene gehen, da wo nicht so hohe Pokémon sind. Wo wir dann auch unser Pikachu leveln können. Auf. Hier sind wieder die Pokémon, die angreifen, oder? Ach nee, jetzt sind hier überall so Penisköpfe. Okay. Ähm. Ja, dann machen wir es jetzt erstmal ein bisschen anders. Jetzt laufen wir mal zurück. Hier hin. Bubble nochmal den Typ an. Wenn das Lammus nicht im Weg wäre, könntest du den kleinen Baum fällen. Das könnte die andere... Dann könntest du auf die andere Seite. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Okay. Und sogar einen anderen Weg. Das war magisch. Ähm. Ja. Also das war's dann für heute. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschaui. 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 Untertitelung des ZDF, 2020